Machst du die Hebefigur? Fühle ich mich sogar wohler damit fühlen. Ja? Ja, klar. Hallo, ich weiß nicht, wenn ihr mich hochheben möchtet, so, nee, ich bin schwer, lass mich unten, so, tu dir nicht weh. Fühl es sehr. Deswegen will ich lieber ihn hochheben. Ich hoffe, dass dein Tanzpartner so confident ist und das mitmacht, weil das würde ich sehr gerne sehen. Das wäre schon cool. Ja, das fände ich richtig cool. Das gab es noch nie, gell?